Hallöchen, ihr Lieben, die NFL-Saison ist endlich gestartet und ich merkte schon nach dem Fantasy-Draft, dass alle verdammt Bock auf diese Saison haben. Und zugegeben, auf meinem Discord ist diese Saison nicht viel los in Richtung Fantasy, was mir aber auch nicht so viel ausmacht, da ich es wirklich abseits des Fantasy-Footballs ziemlich habe einschlafen lassen. Dafür ist die Action eher, sag ich mal, hier direkt auf der Fantasy-Football-Oberfläche am Kochen. Und ja, es war ein sehr, sehr spannender erster Spieltag. Vor dem Spieltag habe ich noch so ein kleines bisschen Adjustment gemacht, welches für mich die Favoriten-Mannschaften sind. Das waren da, glaube ich, die Foggers und Playhouse-Kickers, auch wenn ich die Ruhrpott-Bucks trotzdem immer noch sehr weit vorne gesehen habe. Aber ihr seht, ein bisschen was ist zugetroffen, ein bisschen was nicht. Und wir gehen auf den Grund, woran es gelegen hat, dass manche Mannschaften funktioniert haben und warum andere nicht. Und worauf ich mich richtig freue, die Trails. Also die erste Woche Football, die war ein bisschen chaotisch und manche Spiele haben so gar nicht funktioniert, wo man gedacht hat, die funktionieren. Dann haben wieder Spieler sich hervorgetan, die man gar nicht auf der Rechnung hatte. Und entsprechend fand ich echt die ersten Ravers richtig interessant. Und auch dazu kommen wir natürlich. Fangen wir mit dem Low-Scoring-Game an, auch wenn trotzdem dieses Spiel eines der größten Punkte-Differenzen hatte. Wenn nicht sogar, wie ich sehe, die größte Punkte-Differenz. Das war Schwelmfeier gegen Lenter Löffler. Und ja, hier sieht man, eine ganze Weile war das noch ein enges Ding. Und dann hat sich irgendwie das Ganze so ein kleines bisschen auseinanderdividiert. Und mal einen Blick auf die Spieler geworfen, sieht man gleich, was nicht so funktioniert hat bei den Schwelmfeier. Und das war die Quarterback-Position zum einen. Bei Rodgers und Goff dachte man eigentlich, Mensch, das sind zwei richtig starke Quarterbacks. Und die haben beide in ihrem ersten Spiel wahrlich nicht abgeliefert, obwohl beide Partien gewonnen waren. Wenn auch nicht groß, vor allem hier dieses 10-3, das ist ja ein Ergebnis. Es war nicht unbedingt die offensiv geprägteste Partie, aber die Defenses haben da ordentlich abgeliefert. Und auch auf der Running-Back-Position lief eigentlich gar nichts. White von den Patriots, gut, der hat noch hier 8,2 Punkte gemacht, aber auch mehr über Reception als über den Rush. Und Williams von den Packers und Sonny Michel von den Patriots, das war fast eine Nullnummer mit 15 und 14 Rush Yards ohne Touchdown. Das sah es zumindest auf White-Receiver-Position minimal besser aus. Aber auch hier Odell Beckham 7,1, Boyd 6,3 und Tyreek Hill, der ist ja, ihr habt es sicherlich schon mitbekommen, verletzt raus und wird wohl auch eine etwas längere Zeit ausfallen. Von daher ganz großer Verlust und auch ein Grund, warum das Team insgesamt ziemlich geschwächt sein wird. Auf Tight End mit Zach Ertz 5,4, das geht in Ordnung. Wo die Punkte gemacht wurden, war tatsächlich denn auf der Flex-Position sowohl Fitzgerald als auch Westbrook von einem furios sich wehrenden Jacksonville, dazu später noch mehr, haben echt richtig geil abgeliefert. Kann man nicht meckern. Besonders hier die 17,3, aber auch die 9,2 sind völlig in Ordnung. Crosby, dadurch, dass es eine sehr punktearme Partie war, hat allerdings als Kicker wenig eingefahren können und auch die Defenses waren jetzt nicht so der Oberburner. Wobei die Rams völlig in Ordnung waren mit 9 Punkten dafür, dass 27 Gegenpunkte gemacht wurden. Ist das gar nicht mal so schlecht. Auf der anderen Seite allerdings Quarterbacks, die, sag ich mal, ordentlich bis Richtigkeit funktioniert haben. Also Lamar Jackson, der hat echt abgeliefert. Seine Scores hier über 300 Passjacks, 5 Touchdowns, das hat er fast alles in der ersten Hälfte gemacht. Danach war 59 zu 10 das Gesamtergebnis. Sag ich mal, hat die Not nicht mehr so groß gewesen. Ich glaube, wäre es ein engeres Spiel gewesen, hätte man womöglich noch mehr von ihm gesehen. Also das auf jeden Fall spektakulär. Er funktioniert allerdings, wenn ich jetzt mal kurz auf die Zahlen schaue, er hat nur 20 Pässe geworfen. Also er macht richtig lange Dinge, hat auch richtig hohe Quote, aber der Kernaspekt des Teams ist trotzdem noch der Lauf. Aber zu dem Lauf funktioniert jetzt auch das Fassspiel. Von daher ein interessantes Team, die Ravens, die ganz anders funktionieren als die anderen Teams. Aber gerade dadurch, sag ich mal, einen Hauch von College Football reinbringen. Dann hatten wir hier Johnson, der hat abgeliefert, wie man es erwartet. Aaron Jones, der hat so gar nicht abgeliefert, was allerdings auch wieder verschuldet war, dass die Partie sehr defensiv geprägt war. Und Barkley, der war auch ganz in Ordnung. Ich meine, die 13,9 Punkte sind ohne Touchdown. Mit Manning im Team sollte man eigentlich versuchen, auch mehr den Lauf in die Endzone zu bringen. Aber egal, ich bin nicht der größte Manning-Fan. Man wird es vielleicht noch merken. T.Y. Hilton hat allerdings richtig schön abgeliefert mit zwei Touchdowns. Amaro Cooper war auch super unterwegs. Und dann hatten wir hier noch mit Williams einen Spieler, der nicht ganz so gut geklickt hat, wie man es vielleicht gerne hätte. Und auch der Tight End mit sechs Punkten. Gut, war kein Touchdown mit dabei, ist also in Ordnung. Dann haben wir hier tatsächlich noch ein Tight End auf der Flex-Position gehabt. Auch nicht so oft, vor allem wenn es nicht so ein Über-Tight End ist. Ich meine, Rance McDonald, der ist nicht schlecht. Aber der ist auch eher so jemand, den man nur für die Tight End-Position holt. Von daher gewagter Move. Aber hat ja trotzdem mit dem Sieg so gerade eben gereicht. Dann haben wir hier noch Johnson mit neun Punkten, ist in Ordnung. Kicker hat nicht sonderlich viel gebracht. Die Defenses, zehn und sieben Punkte, damit kann man echt ganz zufrieden sein. Auf der Bank war auch tatsächlich bei Schwelmfeier nicht viel zu holen. Das liegt allerdings auch daran, dass der zweite in Anführungsstrichen Bust ist, dass Gordon noch immer keinen neuen Vertrag hat und entsprechend auch noch nutzlos ist, obwohl es einer der Topspieler ist. Also zwei Topspieler, die jetzt quasi raus sind, das ist schon richtig böse. Und auch auf der Bank. Garoppolo hat nicht funktioniert. Reed hat nicht stattgefunden. Jelden hat nicht stattgefunden. Hat auch nicht wirklich stattgefunden. Und das Einzige, was funktioniert hätte, wäre eigentlich der Kicker gewesen. Da hätte es noch ein paar Punkte gegeben. Da hätte man, ja, die 100 werden geknackt worden. Wobei die 100 nicht mehr die magische Marke sind wie letzte Saison. Weil eben das Roster ein bisschen größer ist. Und auf der anderen Seite haben wir, gut, Big Ben hat nicht funktioniert. Peterson fand nicht statt. Aber ansonsten hier, Right Receiver 12 Punkte. Josh Allen mit 15 etwas ging auch in Ordnung. Ohne die Turnovers wäre der richtig gut gewesen. Kicker, naja. Aber die Vikings-Defense, die war ganz ordentlich. Von daher, Schwelmfeier derzeit arg angeschlagen. Während die Lente Löffler, sage ich mal, wenn hier so ein bisschen die Position, die Punkte, also mehr oder weniger Punkte losblieben, gefixt werden können, ist das auf jeden Fall ein Contender. Vor allem mit Lamar Jackson und, äh, das war David Johnson. Ja, ich war am Überlegen, David Duck, aber nee, David Johnson. Ähm, ja, also da kann man sich so einiges erwarten. Ebenfalls ein extrem eindeutiges Spielchen waren die Ruhrpott-Buccaneers gegen die Foggers. Was allerdings auch daran lag, dass die Foggers mit über 200 Punkten einfach mal niedergesäbelt haben. Trotzdem waren die Ruhrpott-Buccaneers ja für mich auch einer der stärkeren Mannschaften, so rein personell. Aber gucken wir mal, was daneben ging. Und daneben ging auf jeden Fall James Winston, was mich als Buccaneers-Fans auch hart getroffen hat, dass seine Performance, ich sag mal, in der zweiten Hälfte auch von ihm aus nicht so doll war. Allerdings bei einer O-Line, die quasi keine Pocket hat und, äh, ja, Receiver, die eine Lederallergie haben. Das war nicht nur seine Schuld, also da war das ganze Team so ein bisschen schlecht. Der Lauf macht aber Hoffnung, von daher bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Aber Winston hat sich trotzdem nicht mit Hohen bekleckert. Dafür aber Pat Mahomes. Ich meine, das ist der Nummer 1 Quarterback. Und der hat auch abgeliefert ohne Ende. Auch bei ihm fanden die meisten Pass-Yards in der ersten Hälfte statt. Ich weiß nicht, ob er da auch noch mehr im Tank gehabt hätte, wenn nicht die Jacksonville Jaguars recht früh eigentlich schon in Rückstand geraten wären. Von Nett hat noch nicht so für die, ähm, Jacksonville Jaguars funktioniert. Dafür haben die an anderer Stelle recht interessant funktioniert. Terry Cohn, ähm, joa, mit 49 Yards nicht so bombenmäßig. Und ebenfalls hat Lindsay nicht so wirklich funktioniert. Also, was heißt nicht so wirklich funktioniert? Man weiß ja nicht. Das ist ja erst ein Spiel. Da kann sich noch so viel ändern. Nur weil ein Spieler am ersten Tag nicht abliefert, heißt es nicht, dass er die ganze Saison nichts taugt. Vor allem hier bei Mike Evans. Ich meine, das ist einer der Top-Receiver. Und bei diesem grauenhaften Buccaneers-Spiel, wo Evans auch noch gesundheitlich angeschlagen war, hatte Krankheit vorgehabt, sind seit 2,8 Punkte geworden. Und auch Brandon Cooks kann hier, glaube ich, mehr als die 3,9 Punkte, die er gezeigt hat. Ebenfalls von Buccaneers, allerdings der, der am meisten Punkte vermutlich von Spielern erreicht hat. Vielleicht noch Ronald Jones ähnlich. Mit 11,3, das ist schon gar nicht mal so schlecht gewesen. Und Kittel, der hat sich auch richtig gut gezeigt. Mal sehen, ob man das hier auch sieht. Genau, da hat nämlich 10 Mal wurde er angezielt. 8 Pässe hat er gefangen. Dafür, in Anführungsstrichen, nur 54 Yards gemacht. Aber für mich war doch George Kittel einer der überzeugendsten Spieler der 49ers in dem Spiel. Von daher doch eine Personalie, an der man, glaube ich, durchaus festhalten kann. Will Fuller, ja, 69 Yards, da geht auch noch mehr. Kirk hatte hier 6,4. Aber den weiß ich auch nicht einzuschätzen. Das Problem ist halt, die Cardinals sind nun auch nicht so, da haben wir... Uiuiuiui, zwölf Mal angeworfen, noch vier Pässe gefangen. Eieieiei, mal sehen, ob der getauscht wurde. Greg Sörlein, ja. Kicker hat da eigentlich immer gut funktioniert. Auch beim Wunterstand, da hat er genug Möglichkeiten gehabt. Hat auch eins hier über 50 Yards gemacht. Da macht das nicht, dass er einen verpasst hat. Dann eine Titans-Defense. Junge, junge, junge gegen die Cleveland Browns. 13 Punkte nur zugelassen. 5 Sacks, 3 Interceptions, ein Touchdown, ein Safety. Bomben-Defense. Also der hat so ein bisschen, in Anführungsstrichen, den Tag noch gerettet. Auch wenn es beileibe nicht für den Sieg reichte. Aber die Texans-Defense, die war nicht so doll. Auf der anderen Seite hatten wir Matt Ryan, der nicht sein bestes Spiel hatte. Gerade auch hier wegen der Interceptions und dem daraus resultierenden Loss. Aber dafür, dass die nur zwölf Punkte insgesamt gemacht haben. Warte mal. Zwölf Punkte bei zwei Touchdowns geworfen. Okay. Ne, ne, das lasse ich jetzt mal weg. Da müssen ja die Extrapunkte. Ist das die Mannschaft, wo der Rookie-Kicker gekickt wurde? Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Eieieiei. Das ist natürlich schon ein kleines bisschen peinlich. Jedenfalls da auch durchaus Besserungspotenzial. Wentz hat funktioniert, hat aber auch noch etwas Luft nach oben. Ich glaube, gegen Washington hat man sich auch ein bisschen mehr erwartet. Williams mit 12,5 Punkten. Ganz anständig, aber Christian McCaffrey. Ich vermute mal, die meisten von euch hatten am Sonntag ran NFL geguckt. Und Christian McCaffrey. Was ist das für ein geiler Typ? Der hat, ich glaube, jeden Snap gespielt im Spiel. Ist allgemein, glaube ich, auch letzte Saison der gewesen, der die meisten Snaps von allen Running Backs hatte in der Liga. Und er ist eine Waffe, egal wo. Wenn er läuft, ist er eine Waffe, da muss er von mehreren Leuten festgehalten werden. Nebenbei kickt er eben mal einem Verteidiger mit dem Knie eine Platzwunde durch den Helm und scheint selbst kaum was zu spüren. Seine Routen sind perfekt. Also, der wird auch als Wide Receiver eine enorm gute Figur machen. Der kann alles. Also, der Spieler ist eine Mannschaft. Allerdings ist da auch die Angst, wie er gegen Saisonende aussehen wird, wenn er jetzt schon, sag ich mal, das ganze Spiel auf den Schultern trägt und es dann trotzdem halt auch nicht unbedingt immer zum Sieg reicht, weil es natürlich sehr viel Arbeitsaufwand gewesen dafür, dass am Ende doch eine Niederlage war. Und mal sehen, wie er da am Ende aussieht. Und dann kommen wir auch schon zu einem der ersten Überraschungen und zwar Jacobs. Ich weiß nicht, ist das ein neuer Spieler oder sowas? Den habe ich auch nicht so auf der Reihe. Jedenfalls 23,3 auch gigantisch. Das ausgerechnet Julio Jones, einer der, sag ich mal, schlechtesten Spieler dieser Mannschaft ist, ist auch irgendwie schon so ein Aushängeschild. Hat extrem wenig Yards gemacht. 31 für ein Julio Jones, das ist schon puha. da ist so ein Allen hier mit 123 Yards und einem Touchdown deutlich besser und auch Lockett hat zwar nicht viele Yards gemacht, aber dafür einen Touchdown. Ich glaube, er hat auch ganz wenig Targets. Ja, zweimal wurde Lockett nur angeworfen. Das finde ich schon heftig. Lockett ist einer der Top Receiver eigentlich und wurde nur ein einziges Mal angeworfen, aber, zweimal angeworfen, einer hat er gefangen, aber herrje, wenn das ausreicht, um die nötigen Punkte zu machen, dann ist das natürlich auch in Ordnung. Für den Sieg hat es ja am Ende gereicht. Ansonsten haben wir hier noch, oh ja, Howard hat ja auch nicht so funktioniert. Es war halt auch wieder Bagnäerspieler. Dafür aber Henry hier, da, 27,9 hat relativ gut funktioniert. Allgemein waren die Titans ja überraschend überlegen gegen die Cleveland Browns, aber hier, 84, Rush Yards, ein Rush Touchdown, 75 Reception Yards und ein Reception Touchdown. Ich weiß nicht, wie viele Würfe hat er überhaupt bekommen. 19 Mal gerusht und ach, ein von zwei Targets für 75 Yards. Vergleichen wir mal mit McCaffrey. McCaffrey wurde, ich weiß nicht, wie viele Targets er gehabt hat, aber er hat zehn Pässe gefangen. ist es unglaublich. Der fängt mehr Pässe als die Receiver. Die müssen sich doch echt nutzlos vorkommen. Oh, Cooper Cup hat gar nicht funktioniert, in Anführungsstrichen. Die 4,6 sind halt im Vergleich zum Gesamtpunkt extrem wenig. Will Lutz, ja gut, der funktioniert immer, hat glaube ich auch einen Mega-Kick gehabt von 58, genau, ein 58 Yarder und das war nicht in Denver, sondern im Dome hier direkt bei den Saints. Also auch kein Wind, der helfen konnte, sondern Windstille und da 58 Yards, da hat der gute Will Lutz mal wieder gezeigt, warum er einer der besten Kicker der Liga ist. Die Defense hat allerdings so ziemlich nichts gerissen bei den Foggers, sondern nur 5 Punkte bei den Chiefs gemacht und die Steelers, ja, da habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, dass die so ziemlich filetiert wurden von den Patriots, wo ich auch nicht weiß, ob jedes Spiel für die Steelers jetzt so ausgeht. Das war einfach nur ein Vorführen bei Exelons und ansonsten ist das hier ja, auf der Bank, da waren gute Punkte unterwegs gewesen. Wir haben hier Stills mit 9,7, Murray mit 10,7, Mariotta hatte in diesem erstaunlich guten Spiel der Titans 24,32, Hooper wäre als Tight End gar nicht so schlecht gewesen, sogar besser als Kittel, Trubisky, gut, darüber reden wir besser nicht, das war nicht so dolle und Matt Breda, 37 Rush Yards ist glaube ich auch entfernt von dem, was man möchte. Auf der anderen Seite, Stafford hat auch mega geil gespielt, allgemein überraschende Partie, allerdings war es auch nur gegen die Cardinals, die auch eher sehr weit hinten angesiedelt wären. Sanders hat zudem als Receiver hier 14,6 Yards reingeholt, Howard hätte 5,5, war also ganz gut gehen, glaube ich, zu benchen, oder doch, hier Cup hätte er ihr geschlagen, zumindest das, Andrews, Tight End, Baltimore, 16,8, da hätten noch ein paar Punkte mehr sein können auf Tight End, 1,2 gegenüber 16,8 und ja, Running Back Juice, oder wie er ausgesprochen wird, der war nicht so toll, aber sagt mir auch nicht so wirklich was, also von daher sehr, sehr klares Spiel und die Foggers bleiben weiterhin in einer meiner meistgefürchtesten Mannschaften, aber ich denke auch bei Rupert Buccaneers wird auf jeden Fall mehr gehen, vor allem wenn es bei Tampa Bay mal etwas besser wieder laufen sollte von Punkten. Die engste Kiste hatten die Playhouse-Kickers und die Chaotik-Wolves, wo es 172,22 zu 166,86 ausgegangen ist und auch hier lief nicht alles so ganz, wie man es sich gedacht hätte, zum Beispiel beiden Playhouse-Kickers Baker Mayfield, der Heilsbringer für die Cleveland Browns eigentlich, der hat zwar fast 300 Yards geworfen, allerdings auch drei Interceptions, was sein Rating untergezogen hat und natürlich auch die Performance seiner Mannschaft, aber trotzdem mit fast 300 Yards extrem wenige Punkte leider, dafür hat Murray für die Canals relativ gut abgeliefert, dafür dass die Canals jetzt nicht so als Favorit-Mannschaft gelten, hat er mit knapp über 300 Pass Yards und zwei Touchdowns gut Punkte gemacht, musste zwar eine Interception hinnehmen, aber das kann man bei den Stats auch irgendwie verkraften, was hingegen ein wenig wunderte, ist das vergleichsweise schlechte Abschneiden von Ezekiel Elliott, der in Anführungsstrichen nur 12,3 Punkte gemacht hat, mit einem Rush-Touchdown, deswegen wundert ist das nur 53 Rush-Yards hingelegt worden, eigentlich ist er eher so jemand, den man für 100 Yards plus eigentlich gebucht hat, aber das machte nichts, gewonnen haben die trotzdem dadurch, dass Doug Prescott enorm abgeliefert hat, wo richtig Punkte gemacht wurden, war allerdings hier auf den anderen Receiver-Positionen, Cook und Mac haben jeweils 24 beziehungsweise 25,4 Punkte abgeliefert, mit jeweils über 100 Rush-Yards, hier sogar 174, das ist schon ein dickes Leckomio, dafür, dass die dann trotzdem auch verloren haben, das Spiel gegen die Chargers und auch Hopkins hat mit seinen 23,1 Punkten gar nicht mal so schlecht sich gezeigt, dafür ist allerdings wieder mal Green Bay Adams nicht so wirklich produktiv gewesen und bei Saints hat man sich von Thomas vermutlich als Besitzer auch mindestens einen Touchdown noch erwartet, weil die 123 Yards die sind zweifelsohne gut, dafür hat bei Giants der Tight End Engram richtig geil abgeliefert, 116 Reception Yards und einen Touchdown hingelegt, für die Tight End Position mehr als in Ordnung, hat allerdings den Giants auch nicht wirklich viel geholfen, Stefan Dix hat sagen wir noch ein bisschen Luft nach oben, 3,7 aber er ist auch eher so jemand, der mal so richtig dicke Kanonen fangen kann und dann wird mal schnell in einem Spielzug aus 3,7 wenn es ein Touchdown wird auch mal 14 oder sowas alles möglich Johnson hat hier nochmal als Running Back 6,2 Punkte reingeholt ansonsten der Kicker Tucker mit 11 ganz in Ordnung auf der Gegenseite das gleiche aber die Defenses mit den Browns und Chargers haben zusammen nur 2 Punkte reingeholt das war nicht sonderlich beeindruckend nicht sonderlich beeindruckend war allerdings auch Cam Newton mit seinen 5,36 Punkten was glaube ich schlechter ist als James Winstons Leistung nur mal so gesagt aber man haut ja doch lieber gerne auf den armen James ein auch wenn die Performance nicht in Ordnung war nur mal so als Vergleich Newton lief da auch nicht wirklich rund dafür aber Sean Watson mit 30,7 2 Punkten die nicht nur durchs Passing sondern auch ich wollte doch nur den Spieler öffnen gib mir den Spieler die nach folgenden Sendungen verschieben sich 40 Rush Yards und ein Rush Touchdown das hat natürlich auch sehr gut geholfen hoffen wir nur dass er sich nicht wieder verletzt bei der Lauffreudigkeit die er an den Tag legt lauffreudig war Canyon Drake aber nicht so wirklich 12 Rush Yards und 15 Reception Yards da hat Miami eine dicke Baustelle wo Drake ja eigentlich auch einer der wichtigeren Personen im Lauf ist da hat 27 Snaps gespielt ach du Schande also das ist nicht wirklich schön aber es ist auch nicht mein Spieler von daher sei es mir mal egal interessant ist dass Connor der letzte Saison als Running Back bei Pittsburgh so richtig durchstartete nur 21 Rush Yards hatte und dafür 44 Reception Yards also da schien die New England Defense auch richtig gewesen zu sein also New England für mich das ist das wird ein Brocken besonders wenn Antonio Brown noch kommt dann haben wir hier Carson und Edelman hier nochmal die 18,1 und 10,3 8 Punkte reingebracht haben das Problem der Chaotik wo es war die haben zwar Spitzenspieler Antonio Brown der sicherlich am nächsten Spieltag wenn er spielen kann durchaus Punkte einfahren wird aber ich denke jetzt mal so Bull Prediction dass er nicht der absolute Top Scorer der Liga wird weniger daraus dass er das Playbook nicht kann weil ich glaube der hat das Playbook drauf ich glaube das war sowas von abgekartet dass er so eine Scheiße baut um den Wechsel zu erzwingen aber ich glaube einfach dass Tom Brady jemand ist der guckt nicht was ist mein liebster Receiver sondern Tom Brady wirft dahin wo es am meisten Sinn macht und verteilt die Bälle da sehr weit über die Receiver sodass ich nicht glaube dass Brown jetzt jede Woche sogar zwangsweise über 10 Punkte macht ich denke er kann durchaus mal über 20 Punkte auch haben aber ich weiß nicht ob er der ultimative Top Scorer wird interessant ist allerdings was Watkins gemacht hat 198 Reception Yards 3 Reception Touchdowns 37,8 Punkte meine Damen und Herren das passiert wenn ein Direct Hill ausfällt und man auf Watkins voll und ganz angewiesen ist aber hey muss man auch erstmal leisten doch ob er immer 3 Touchdowns macht das ist natürlich die ganz ganz große Frage aber auf jeden Fall richtiger Hammer da muss man fast schon sagen wieso nur 166 Punkte damit das ist eigentlich ein Spieler damit will man dann gewinnen zusammen mit Watson vor allem dann haben wir hier noch Cook der als tight end recht wenig gebracht hat auch ein Grund warum es am Ende nicht zum Sieg reichte allerdings auf der Flex Position mit Jeffrey recht gut besetzt mit Barber weniger wie schon angedeutet Ronald Jones hat bei den Bucks als running back etwas mehr wie auch bei der anderen Mannschaft mit 11 Punkten und bei der Defense da sah es hier durchaus gut aus sowohl die Bärs als auch die Patriots haben recht ordentlich abgeliefert und 9 und 10 Punkte zusammen 19 Punkte da kann man echt nicht meckern ich habe ja extra zwei Defenses genommen damit zumindest ein bisschen Wertigkeit ist ich bin zwar trotzdem jemand der sagt Defense kannst auch so ein bisschen drauf scheißen aber es ist nicht völlig unwichtig weil 19 zu 2 Punkten es kann den Unterschied machen auf der Bank jedenfalls haben die Playhouse Kickers nicht so viel gehabt die hatten Dorton der natürlich mega abgeliefert hat über 400 Passiats zwei Touchdowns allerdings auch zwei Fumbles in Anführungsstrichen leider eine Niederlage ich hätte es ihm echt gegönnt weil ich glaube gerade auch mit einem hier Mixen der sehr früh ausgefallen ist hätte man nicht erwartet dass die Cincinnati Bengals derart sich gegen die Seattle Seahawks durchsetzen können und ja da ist etwas schade dass die verloren haben aber den Seahawks Fans sei es natürlich gegönnt Josh Gordon hat hier 13,3 Punkte immerhin gemacht dafür hat Burton gar nicht stattgefunden existiert überhaupt ist der verletzt ich weiß es nicht ach der hat ausgesetzt tatsächlich von daher müssen wir mal sehen was er liefert Davis 0 Punkte nicht wirklich beeindruckend wo die Titans sonst so abgeschnitten haben Samuel eigentlich jemand bei Carolina der glaube ich zusammen mit TJ Moore als eine der wichtigsten Pass Anspielstation gilt also wenn McCaffrey nicht da wäre der ist aber da und das ist das große Problem glaube ich für beide Receiver weshalb hier nur 32 Reception Yards zur Buche stehen und Richard Penny heißt ja manchmal habe ich doch die Namen drauf der hat auch nicht wirklich funktioniert mit 1,8 mehr Punkte gab es hier auf der Bank mit McCoy 9,3 mit Walker 17,5 allein hier wäre das ausgetauscht gewesen und natürlich wenn Brown anders besetzt wäre da wäre der Sieg locker drin gewesen also chaotik wolf gefährliche Mannschaft auch Ted Gin mit 101 Reception Yards der zweit gefährlichste Receiver der Saints auf jeden Fall Kirk Cousins gut der hat nicht so abgeliefert Wilson hat nicht so abgeliefert Cowboys Defens auch nicht so aber trotzdem hier sind Werte wenn dann auch noch Antonio Brown dazu kommt Drake vielleicht etwas besser funktioniert Connor auch also die chaotik wolves die machen mir auch ein kleines bisschen Angst muss ich sagen also die Mischung aus Browns Watkins Watson und Newton wenn er richtig spielen würde und wir haben ja auch noch Edelman wir haben Connor der letzte Saison richtig geil gespielt haben also er hat das ist echt eine gefährliche Mannschaft von daher die Chaotik Wolves auch im erweiterten Kreis der Favoriten für mich beim Highscoring Game des ersten Spieltags gab es ein kleines Déjà-vu denn auch letzte Saison hatte ich mein erstes Spiel gegen die Dice Wolers und auch da war es meines Wissens nach die punktestärkste Begegnung von daher ein sehr schönes wieder aufeinandertreffen der Mannschaften allerdings mit einem etwas anderen Ausgang ich bin zumindest der Meinung dass ich letztes Jahr gewonnen hatte aber diesmal musste ich mich doch relativ deutlich geschlagen geben auch wenn es lange Zeit noch so ein hin und her der Kraft verhältnisse war bis dann irgendwann doch das ganze relativ eindeutig wurde und bei den Quarterbacks konnte ich mich wirklich nicht beklagen also Drew Breeze hat gemacht was Drew Breeze macht hat über 300 Passjards hat zwei Touchdowns allerdings auch eine Interception geworfen aber alles soweit im Rahmen wie man es erwarten kann Doug Prescott hingegen hat überperformt gegenüber meinen Erwartungen ich wäre froh gewesen über 20 Punkte und habe 33,4 Punkte von dem Knaben bekommen da bin ich mehr als froh drüber über 400 Passjards 4 Pass Touchdowns dazu noch 12 Yards gerusht echt megamäßig was vielleicht auch daran lag dass die Giants offenbar den Rush recht gut unter Kontrolle hatten und Ezekiel Elliott nicht so viel Performance hatte und deswegen bekam ich halt einen Doug Prescott der so richtig einen raus gelassen hat und eine schöne Bewerbung geschrieben hat mit dem Ball für eine Vertragsverlängerung die bei ihm noch aussteht dann eines meiner großen Fragezeichen Livian Bell hat extrem viele Snaps glaube ich auch gespielt hat überzeugt noch Luft nach oben das durchaus aber ich glaube die Buffalo Bills könnten auch eine halbwegs anständige Defense haben 60 Rush Yards und 32 Reception Yards sind denn dabei rausgekommen ein Reception Touchdown und eine Two Point Conversion die geklappt hat das war also nicht Grund dafür dass es am Ende hier nicht geklappt hat mit dem Sieg sondern eher der Grund dass es derart knapp wurde dann Todd Gurley wo ich echt in der ersten Hälfte des Spiels gelitten habe weil ich dachte Todd Gurley der hat es nicht mehr und dann kam er in der zweiten Hälfte doch etwas mehr zum Zug und vor allem deutlich besser zum Zug und da fiel mir echt so ein Stein vom Herzen als ich gesehen habe geil ich glaube er kann es doch noch und hat dann tatsächlich noch selbst ohne Touchdown 10,1 Punkte für mich gemacht allerdings hat er sehr sehr harte Konkurrenz im Team mit Braun der in der Redzone eher die Touches hatte wobei es auch daran liegen kann dass einfach in dem Drive allgemein mehr über Braun lief müssen wir mal sehen ob allgemein für die Redzone eher genommen wird weil er sich richtig schön durch die Mitte durchtanken kann kann ich mir durchaus vorstellen aber Gurley wird sicherlich nicht völlig ohne Nutzen sein in der Redzone kann ich mir einfach nicht vorstellen von daher nach anfänglichem Zweifel am Anfang des Spiels bin ich doch ein kleines bisschen erleichtert weniger erleichtert bin ich allerdings über Joe Mixon der recht früh ausgefallen ist mit einer Knöchel Verletzung wo etwas ungewiss ist wie lange er ausfällt das ist so ein bisschen Game to Game wird gesehen Day to Day und deswegen ich weiß nicht wann er wieder zur Verfügung steht ob er es noch drauf hat weil er hatte immerhin ich weiß nicht das ist noch vom letzten Jahr wo haben wir es denn gut finde ich gar nicht hat glaube ich nicht so viel Jahr aus den Taches gehabt die er gemacht hat auch Robert Woods ist noch nicht ganz da wo ich ihn gerne hätte nur 70 Reception Yards und dafür allerdings auch 16 Rush Yards allerdings hat er 8 von 13 Targets bekommen da ist also noch etwas Luft nach oben er bekommt genug Bälle er muss sie nur auch sinnvoll verwenden dann Golladay von den Detroit Lions war eigentlich ganz okay sagen wir mal 42 Reception Yards sind nicht viel aber dafür immerhin ein Touchdown wurde neu mal angeworfen ist auch gar nicht mal so schlecht und DJ Moore gut der hatte einen Fumble aber ansonsten 76 Reception Yards dafür dass McCaffrey fast alles weggenommen hat ist das noch in Ordnung aber da hoffe ich dass zumindest was Pässe angeht ein bisschen weniger McCaffrey kommt und vielleicht etwas mehr TJ Moore würde mich freuen und als tight hat Nijuku ganz ordentliche Arbeit gemacht zwar nur 37 Reception Yards aber immerhin ein Touchdown trotzdem habe ich ihn gecuttet ich bin so wahnsinnig hat es aber später mehr Ingram hat mir richtig viel Spaß gemacht bei den Ravens das war echt eine Freude zu sehen dass er obwohl die extrem viele talentierte Läufer haben in der Mannschaft dass er da trotzdem das meiste draus gemacht hat mit 107 Rush Yards 2 Rush Touchdowns ich glaube hat er auch recht oft den Ball bekommen bin ich der Meinung 14 Carries das ist mehr als in Ordnung kann ich gut mit leben hoffe ich dass es so bleibt sein Performance ist auf jeden Fall eine gute Bewerbung mehr zu machen was mich wenig erfreut hat war allerdings Devonte Freeman 1,1 Punkte allerdings auch fammel bedingt aber trotzdem der Junge hatte den Ball 8 Mal und hat nur 19 Yards erlaufen da erwarte ich mir von einem Freeman eigentlich deutlich mehr trotzdem halte ich auf jeden Fall erstmal an ihn fest um einfach zu sehen wie schlägt er sich auf lange Zeit nach einem Spieltag will ich so ein Kaliber wie Freeman noch nicht wieder freilassen da muss ich sehen was da mehr raus kommt dafür hat Butker der Kicker der Kansas City Chiefs der hat mir mit 16 Punkten eine richtig gute Leistung gebracht und nicht nur da war ich gut die Broncos Defense die war zwar scheiße aber die Packers die haben abgeliefert da gibt es ja auch aus dem Interview von Aaron Rogers die kurz und knappe Analyse wir haben eine Defense das war so die positiven Seiten des Packers Spiels auf jeden Fall zusammengefasst auf der anderen Seite hatte ich es aber auch mit richtig bösen Waffen zu tun gehabt zum einen Brady der kann sich ja frei bedienen vor der Saison hat man noch gewitzelt jetzt ohne Gronkh ihm gehen so langsam die Waffen aus und jetzt hat er wirklich Anspielstation ohne Ende und das obwohl der Rookie Henry es noch irgendwann vielleicht wieder kommt die Marius Thomas ist wieder weg zu Jets weil Antonio Brown dann ja kam also Brady kann echt aus dem vollen schöpfen aber auch Rivers hat hier mit 333 Passjacks und 3 Pass Touchdowns schöne Zahlen richtig gut abgeliefert zu meinem Leidwesen vor allem mit Eckele das hat mich richtig genervt im Spiel weil zu dem Zeitpunkt als das Spiel anfing stand es für mich noch relativ geil da war ich eher so leicht sogar im Vorteil und dann kam glaube ich schon in den ersten Minuten des Spiels kam dann der erste dicke Play mit Touchdown von Rivers auf Eckele der ja zwei Reception Touchdowns ein Rush Touchdown 33,4 Punkte das war bitter bitter böse und Camara da habe ich mir es ja eigentlich erwartet dass der nochmal richtig Punkte macht da finde ich sogar bin ich mit 16,9 Punkten noch recht gut weggekommen Camara kann auch mal mehr Punkte machen gerade jetzt wobei ihm ja Ingram weg ist der war ja vorher bei Insane zum Glück hat Nick Chubb nicht ganz so viel geliefert wie man gedacht hat was allgemein für die Cleveland Browns gilt da gibt es glaube ich einige enttäuschte Gesichter aber die Sean Jackson von den Bucks zum Eagles und gleich richtig abgeliefert 154 Reception Yards zwei Touchdowns BAM und Zielen gut der hat jetzt nicht wirklich groß abgeliefert mit seinen 43 Yards aber ein Touchdown was will man mehr das ist am Ende das was zählt und das was ordentlich Punkte gibt Smith Schuster hat auch noch nicht so abgeliefert wie er eigentlich könnte allerdings drei Punkte der Mannschaft da gab es ja nicht mal einen Touchdown also ich vermute mal Smith Schuster war da schon einer der effektiveren in dem Spiel das ich leider nicht gesehen habe und auch noch nicht die Highlights angeguckt obwohl das glaube ich durchaus sehenswert ist und auch Kelsey hier die haben richtig abgeliefert die Schieß aber ja Travis Kelsey nur 88 Yards kein Touchdown hat auch nur drei von acht Pässen gefangen dafür allerdings aus drei Pässen 88 Yards machen ist schon gar nicht mal so schlecht aber trotzdem irgendwie da fehlt noch ein kleines bisschen was Robinson dafür mit 10,2 Punkten alles nur durch die Yards gemacht nicht durch einen Touchdown da dürfte also auch durchaus noch Raum nach oben sein Shepard gut Giants halt Eli Manning 4,2 Punkte und der alte Mann Winnie Terry ich glaube ich glaube der wird wirklich langsam alt ein P.A.T. verwandelt ein P.A.T. verpasst ein Feedgoal verwandelt zwei Feedgoals verpasst Autsch da weiß ich nicht ob er noch so lange weitermacht ich glaube er hat schon letzte Saison ein bisschen geschwächelt wenn jetzt endgültig die Genauigkeit in den Keller geht dann wird vermutlich auch bald die Reißleine gezogen noch könnte er vielleicht ein bisschen Vorteil haben dass er halt die Erfahrung hat man vertraut auf ihn mal kurz gucken da gibt's noch nichts Neues irgendwie aber trotzdem so langsam muss er sich Gedanken machen und auch auf Seiten der Dice wo er ist 13 und 12 Punkte zwei Defenses die echt gut geklickt haben kann man sich echt nicht beschweren und extrem gutes Management der Spieler Green der war ja verletzt draußen das kann ich verstehen natürlich auf der Bank trotzdem ein Spieler bei dem man durchaus festhalten kann weil das ja ein potenziell guter Spieler ist gerade wo Dorton jetzt gut sich gezeigt hat dann allerdings Abrin eigentlich einer der besseren Tight Ends 8 Yards 0,8 Punkte gut dass der gewennt wurde Anderson von Bills 2,3 Punkte nicht gut Sam Donald gut das ist auch eher Quarterback geholt weil Jets Fan damit man den Jets Quarterback mit dabei hat allerdings als Backup Lösung wenn die anderen beiden guten Quarterbacks nicht so funktionieren ja toll war es nicht haben trotzdem noch knapp verloren was so ein Wunder für sich ist Montgomery auch mit 4,5 Punkten nicht so doll funktioniert und die Jaguars Defense was ist aus Saxonville geworden 40 Punkte kein einziger Sack kein Interception kein Fumble nix minus 4 Punkte das ist nicht das Jacksonville was ich kenne aber die haben auch gegen eine der garstigsten wenn nicht die garstigste Offense gespielt die es derzeit gibt von daher abwarten was die Jaguars später bringen aber trotzdem ein bisschen mehr hätte man sich schon erwartet gerade da viele Defenses richtig gut abgeliefert haben aber ansonsten die 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 sowas definitiv ein team auf das man jetzt achten sollte vor allem wenn eckele weiterhin so performt dann wird es auch für den lieben gone ein bisschen schwierig sage ich mal mit dem vertrag also das ist hier schon mal ein dickes dickes ausrufezeichen was er gesetzt hat und ich kann mir echt vorstellen der wird noch etwas mehr playtime bekommen wühlen wir uns doch ein kleines bisschen durch den verlauf nach dem ersten spieltag der wie gesagt ein kleines bisschen voller ist in dieser saison und fangen mit den trophäen an die es natürlich auch die saison wieder gibt wobei ich erst später die zusätzlichen trophäen freigeschaltet habe deswegen wir hier erstmal die drei standards haben das ist zum einen die week one top player trophy für den spieler mit den meisten punkten den hatten die chaotik wolfs mit sammy watkins der ja mit drei touchdowns und waren als 198 yards oder was auf jeden fall megamäßig abgeliefert haben und im selben atemzug gibt es auch noch die unreal combination sammy watkins und die sean watson zusammen haben 68 punkte gemacht und sind dabei halt das stärkste du diese woche um so trauriger eigentlich dass die chaotik wolfs trotzdem ihre begegnung verloren haben wenn auch noch knapp aber ich denke da werden noch ganz ganz andere spieltage auf uns zukommen aber hoffentlich nicht gegen mich da dürfen die wolfe gerne ein bisschen rumwinseln habe ich nichts gegen in derweil geht die high scoring bench trophy also für den spieler mit den meisten punkten der auf der bank war geht an die foggers die trotzdem zweitbeste mannschaft der woche manchmal ist es traurig aber es lässt sich halt nicht ändern wie gesagt spiel habe ich noch andere trophäen freigeschaltet zum beispiel die sersday night star award trophy die also für den besten spieler des donnerstag nachtspiels gemacht wird muss man auch mal ein bisschen würdigen dass es halt mannschaften gibt die leider am donnerstag spielen müssen ist nicht so beliebt in der nfl weil man dann nur so drei tage ausruhzeit davor hat das ist nicht schön danach hat man dafür zwar eine längere ruf phase aber wenn verletzungen durch diese kurze erholungsphase kommen dann ist das dann halt schon zu spät und ja da hat meine defense doch mal ganz amtlich abgeliefert für den ersten spieltag war es auch etwas egal mit der erholungsphase ehrlich gesagt wenn man nun in der ersten woche sersday night spielt dann ist es halt so dann ist eher schön weil es das eröffnende spiel ist da müssen wir mal weitergehen haben wir noch andere trophäen falsche richtung genau die pro coaching decision trophy geht an die ruhrpott bugganeers weil sie 46,34 punkte auf der bank gelassen haben damit die meisten punkte in der liga und und der bau von beyond trophy geht an die da ist wohl das die ihre projection mit 52,99 punkten übertroffen haben und dann ging das karussell los weil es gab extrem viele rookie spieler die sich gut gezeigt haben viele veteranen die noch nicht so performt haben und natürlich auch ein paar verletzungen und entsprechend gab es hier etliche neue sachen zum beispiel malcolm brown ich glaube das ist einer der jungen wilden der hier mit elf carries ordentlich dampf gemacht hat für zwei touchdowns der wurde für tj eldon aufgestellt john ross das war der bei den cincinnati bangles enorm viel gemacht hat der wurde für christian kirk genommen ich selbst habe mir tj hockensen den tight end der lines geholt mit dem habe ich schon geliebäugelt bevor die saison angefangen hat habe dann aber doch verzichtet weil es immer heißt a tight ends die bringen ist nie in ihrer rookie saison weil es einfach so eine schwere position ist und was soll ich sagen tj hockensen 131 jahres ein touchdown sechs von neun pässen der junge hat potenzial und da baue ich einfach mal drauf und ich habe da auch meinen nizuko einfach mal weggeworfen für das war sie erst mal hier rein fitzpatrick aber später dk madcar von den seahawks wurde für josh allen genommen josh allen hätte man eigentlich noch relativ gut als backup quarter bekamen können weil abseits der turnovers hatte echt gut performt aber madcar ist bei den seahawks glaube ich der receiver schlechthin gewesen mit 89 yards touchdown kommt sicherlich auch noch dann haben wir hier die playhouse kickers mit philip dorsett der glaube ich der beste bei den patriots waren dem spieltag gegen kurtis samuel wo ich auch noch nicht weiß ob das so gut ist weil samuel auch als großes talent der panthers gilt das allerdings noch zeigen muss was mir dafür mehr angst macht ist der neue spieler der foggers devin singletary den ich auch ganz kurz mal in der preseason hatte als hier dingens gekattet wurde mccoy da habe ich geliebäugelt habe das aber wieder rückgängig gemacht weil ja die buffalo bills die haben noch zwei andere gute running backs mit dabei und deswegen weiter vorsichtig aber singletary hat glaube ich schon im ersten spiel mit 70 yards rushing 28 reception recht gut überzeugt auch wenn er nur viermal gelaufen ist also da ist auch die frage kriegt er noch ein kleines bisschen mehr arbeit womöglich stück für stück aber es ist nicht auszuschließen und wenn das passiert dann haben die foggers auf jeden fall eine richtig fette waffe bei den dice rulers gab es dafür jameson crowder der bei den new york jets richtig abgeliefert hat mit 99 receiving yards und vier rushing yards also da auch 14 von 17 targets lässt sich natürlich darüber streiten wie effektiv das war in einer point per reception league also wo man für jeden gefangenen pass punkte bekommt da wäre ein tier gewesen wenn es für jede reception von den 14 was weiß ich halber punkt oder sowas ist das gegeben hätte das wären noch mal sieben punkte obendrauf 17,3 da wäre die wertigkeit noch mal ein ganzes stückchen anders gewesen aber wenn er auf die zahl der receptions noch ein paar yards drauf packen kann und dann fing es auch mit der ersten defense an schwellenfeier hat die 49ers defense genommen und dafür die eagles defense gedroppt finde ich erstaunlich ich weiß nicht ob das jetzt so viel ausmacht aber probieren kann man das auf jeden fall ich weiß auch nicht wie viel die 49ers defense zum sieg gegen die bugs effektiv beigetragen hat hat natürlich einiges turnovers gehabt aber da ging ja auch einiges anderes falsch aber ich bin gespannt wie sich dieser wechsel auswirkt auch nicht schon wieder falsche richtung hier oder nee doch nicht dann habe ich noch marcus hollywood brown bekommen da hätte ich echt nicht mit gerechnet ich habe ja schon nicht gedacht dass ich unbedingt den hockensen bekomme als ich dann auch noch meinen dritten wunschspieler den zweiten hatte ich glaube glaube ich nicht bekommen also ich hier marcus brown bekomme rolle die wald weder hat hier 147 receiving yards und zwei touchdowns sind 26,7 punkte gewesen allerdings mit sagen wir mal limitierten passen die er bekommen hat nur vier pässe und dafür so viel jahrs gemacht allerdings hatte auch nur ein kleines stück des spiels auch auf dem spielfeld gestanden wenn das dann noch etwas erhöht wird vielleicht kann er denn tatsächlich auch längerfristig gute punkte liefern es ist natürlich trotzdem eher ein kleines risiko auch gewesen aber ich hoffe dass er richtig gut performt dann haben sich die vorgestellungen geholt von oakland und dafür denn die petis gedroppt der glaube ich wirklich nicht so dolle war die da ist wohl das haben die jets defense dazu geholt und dafür jackson will gedroppt könnte also auch interessante die fans sein um sich zu schnappen dann hat schwellenfeier noch jimmy graham als tight end und dafür john reid der glaube ich so gar nichts geliefert hat der war nicht existent und zudem concussion das erklärt einiges dann noch carlos hat der für sohn michelle der recht wenig für die patriots geliefert hat terry mclaren von den redskins für teiler beut ist doch eigentlich ein besserer 6,3 punkte aber da erwartet man sich offenbar von terry mclaren etwas mehr ich bin auf jeden fall gespannt das ist schon wieder etwas was mehr richtung mutig geht und dann gab es auch noch mal ein paar recht späte moves zum einen von mir ich habe tatsächlich dadurch dass ich ja fitzpatrick für hawkinson eingetauscht habe hatte ich keinen backup quarterback mehr gehabt und ich habe echt hin und her überlegt eigentlich haben meine running backs nicht so performt aber bei denen möchte ich noch abwarten wie die sich vielleicht rehabilitieren und habe dann tatsächlich david nejuku gedroppt um mir gardner minchu zu holen der backup quarterback der jackson will jaguars der für den verletzten nick foals reinkam der jetzt langfristig ausfällt bin gebrochen im schlüsselbein und ja der hat richtig geil gespielt keiner hatte ihn auf dem plan selbst auf dem college hatte ihn niemand auf dem plan bis er plötzlich als backup quarterback reinkam und die saison für seine mannschaft rettete die geschichte wiederholt sich und ich baue einfach mal darauf dass er auf einmal wieder so abliefert wie bei dem was ich auf youtube gesehen habe aus dem college ähm und vor allem der hat bart was will man mehr der ist cool das ist eine coole socke ähm habe ich mir jetzt einfach mal just for fun gegönnt und wer weiß vielleicht währt er noch ne wie ja schon gesagt wird die überraschung der saison äh wo ich dann auch so sagte ne mal sehen wie es Schrödingers katze so geht und auch die warport baganeers haben mit john brown etwas risiko eingegangen und dafür taric cohen von den chicago bears gedroppt äh und auch da habe ich mal so ein bisschen den dean bruce arians zitiert no risk it no biscuit und ja spannende täusche ich habe selbst den eindruck dass ich eventuell etwas over adjusted habe weil das ist ja so richtig garstig man will unbedingt anpassungen machen um sein team zu optimieren und gerade nach der ersten woche besteht das risiko dass man völlig überoptimiert aber das spannende ist ja auch äh zum einen kann es sein dass leute die in der ersten woche nicht performen danach auf einmal wieder richtig gut sind dann ist man traurig aber auf der anderen seite kann es auch so sein dass die leute die sich in der ersten woche zeigen richtig gut auch weiter performen und man selbst die verpasst hat die sind jetzt bei anderen spielern und man selbst schaut dann richtig schön doof aus der wäsche also was man macht man kann es eigentlich nur falsch machen und da freue ich mich schon darauf wenn irgendwo sei es bei mir oder bei wem anders die ersten tränen fließen weil man bemerkt scheiße ich habe nach der ersten woche richtig schön in die kacke gegriffen bei wem das passieren wird seid einfach gespannt schaut hier schön weiter diese saison die wird noch einiges auf lage haben aber die foggers sind für mich derzeit große favoriten und auch die auto gedrafteten playhouse kickers ebenso ruport baggerneers werden sicherlich noch hochkommen die chaotik wolfsam auf jeden fall chance ich habe nächste woche ein vermeintlich leichtes spiel gegen schwellenfeier die halt verletzungsgeplagt sind aber wie wir fantasy football kennen es ist keine garantie dass man auch gewinnt nur weil man gegen den vermeintlich angeschlagensten gegner spielt fantasy football ist garstig und darum lieben wir es doch also bis zur nächsten woche ciao ciao